Bettina Janke, die Intendantin, hat ja das Motto HOT, was sich natürlich ans Theater Hans Otto anlehnt, klar, und übersetzt das mit Haltung, Offenheit und Toleranz. In dieser Spielzeit, in der auch das Stück von Eugen Ruge aufgeführt wird, geht es um Haltung. Und uns geht es heute Abend um den Zusammenhang zwischen Haltung und Zukunft. Die Frage klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber war die Zukunft früher besser? Ich glaube nicht, dass ich zuversichtlicher war als heute oder pessimistischer war als heute. Das hängt ja auch immer ein bisschen von der Tagesform ab. Und es gab ja wirklich viele Gründe, sich Sorgen zu machen. Auch war ja überhaupt nicht abzusehen, wann die DDR mal ein Ende nehmen würde. Aber auch die Weltlage war ja keineswegs so, dass sie zu den besten Hoffnungen berechtigt. Also ich finde, dass die Frage kaum zu beantworten ist. Herr Ruge, wie sah das bei Ihnen aus? Sie sind ja in der ehemaligen Sowjetunion geboren, mit dem zweiten Lebensjahr hier nach Potsdam gekommen, also genauer Babelsberg eigentlich. Können Sie das sagen, wie Ihre, ich sage jetzt mal so als 10-Jähriger, 15-Jähriger, so in der Zeit, wie da Ihre Zukunft, Ihre Zukunftshofungen aussah? Also sozusagen echter DDR-Bürger, denke ich natürlich zuerst an dieses schöne Buch Weltall, Erde, Mensch, was man irgendwie zur Jugendwahl bekam. Und da ging dann alles automatisch in der schönen neuen Welt, nicht? Also eine sehr technikgläubige Zukunft, die war aber nicht nur im Osten, glaube ich, sozusagen modern zu dieser Zeit, sondern das war, glaube ich, generell auch im Westen so. Das schwierige Wort bei dem, was Sie gesagt haben für mich, ist, dass sich die Vernunft durchsetzt. Und wir wissen ja, also das ist ja ein Grundgedanke der Aufklärung, dass der Vernunft zum Sieg geholfen wird. Jetzt wissen wir natürlich alle, dass die Vernunft ein geschichtlicher Begriff auch ist. Also wenn Sie, als Sie das gesagt haben, was haben Sie damit gemeint, dass die Vernunft sich durchsetzt? Damit habe ich eigentlich gemeint, dass die Idee von Freiheit und Demokratie jetzt, also sie hat ja immerhin 1990 in Europa, denke ich, den Sieg davon getragen. Und das schien jetzt erst mal in die Zukunft so eine leuchtende Spur zu legen. Und es war ja auch so. Also wir haben ja auch Freiheit dazu gewonnen. Der heiserne Vorhang ist eben nicht gefallen, sondern hat sich gehoben, muss man sagen. Und die Hoffnung war weit verbreitet. Dieses große Problem haben wir jetzt hinter uns. Das System der Diktaturen ist delegitimiert, zumindest in Europa. Jetzt kann es eigentlich nur noch besser werden. Ich vereinfache das jetzt. Aber das war ja eine weit verbreitete Sicht. Inzwischen ist es so, dass wir doch sagen, das ist ja keineswegs so, dass alle Menschen davon überzeugt sind, dass das unsere Zukunft ist. Und wir müssen das, was uns so selbstverständlich geworden ist, wo wir meinten, dass wir uns gar nicht mehr darum kümmern müssen, jetzt doch aktiv verteidigen, wenn wir das behalten wollen, was wir haben. Selbst wenn wir die Zukunft planen wollten, gesellschaftlich gelingt uns das sowieso schlecht, aber auch technologisch gelingt es uns überhaupt nicht mehr. Könnte es sein, dass das mit diesem Gefühl der Ohnmacht zu tun hat, die viele Menschen heute empfinden? Diese Mobilität ist natürlich, die ist einfach nicht lebbar im Grunde genommen. Also es ist tatsächlich so, wir müssen unseren Lebensstil ändern, glaube ich wirklich nur. Wir werden ihn nicht dadurch ändern, dass wir jetzt irgendwie sagen, ihr dürft das nicht oder so. Sondern es ist tatsächlich, hier steckt schon, man muss irgendwo tatsächlich dann die Systemfrage stellen, glaube ich schon. Ich weiß, das klingt komisch, weil wir haben den Sozialismus hinter uns und Volksfeinde wurden erschossen und alles Mögliche. Es war alles ziemlich schlimm, keine Frage. Und trotzdem denke ich, man muss allen Ernstes darüber nachdenken, was man anders machen kann. Herr Ruge, was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, wir müssten die Systemfrage stellen? Ja, damit meine ich, dass wir uns schon mal überlegen müssen, wie können wir Eigentum zum Beispiel so organisieren, dass das eben nicht so gefräßig ist, wie das jetzt im Augenblick ist. Wie können wir Kapital auch regulieren? Es ist eine idiotische Idee, dem Kapital zu erlauben, ohne jede Beschränkung, ohne jedes Hindernis von einem Land zum anderen zu ziehen, durch die ganze Welt alles auszubeuten, alles zu verwüsten. Verstehen Sie dort, Schaden zu hinterlassen, das ist einfach keine gute Idee. Aber Sie würden schon zustimmen, wenn ich sage, dass wir für alle Veränderungen, die wünschenswert sind, auch dann Mehrheiten organisieren müssen? Das müssen wir, ja. Wolfgang Thierse, Ihnen sicher gut bekannt als ehemaliger Präsident des Deutschen Bundestags, sagte unlängst in der Tagesschau mit Blick auf die Ereignisse in Chemnitz, Dresden, Freital, Heidenau, Bautzen, Meißen oder jetzt Chemnitz, da ist etwas, Chemnitz, da ist etwas herangewachsen und jetzt bricht es aus. Natürlich passiert das in einem Teil Deutschlands, in dem Menschen durch den radikalen Systemumbruch tiefer unsichert sind, in dem sie sozial und moralisch entwurzelt wurden, wo es mehr Zukunftsängste gibt und wo Menschen verführbarer werden für die einfachen radikalen Antworten der Rechtsextremisten und Rechtspopulisten. Stimmen Sie der Analyse zu? Also es ist nicht so, dass das jetzt nur für die Ostdeutschen zutrifft, nicht? Auch wie gesagt, AfD-Anfälligkeit und so weiter, das trifft alles nicht nur für die Ostdeutschen zu. Das finde ich erst mal wichtig, weil immer jetzt diese ostdeutschen Städte, so und es wird ja auch gleich so eine Stadt irgendwie stigmatisiert. Das finde ich auch, das gefällt mir irgendwie nicht, als ob nun ganz, ganz Chemnitz aus Nazis besteht. Das sagt keiner so. Natürlich sagt das keiner so. Verstehen Sie aber trotzdem, Chemnitz ist das... Ich denke, Herr Thierse hätte das auch differenziert, wenn man ihn gefragt hätte. Natürlich, aber es ist so ein bisschen so, dass die Medien bauschen natürlich auch gerne Dinge auf, ja, das ist ja klar. Aber es ist ein bisschen so, als ob Chemnitz nun das Symbol dafür ist. Aber dann will ich nochmal anknüpfen, das ist natürlich auch so, dass für mich vor allen Dingen diese Zeit in den 90er Jahren da entscheidend ist. Ich meine, ich glaube, dass sich die wenigsten Wessis wirklich vorstellen können. Sie können sich das vorstellen, Sie wissen das. Aber die wenigsten, was da im Osten wirklich passiert ist. Das ist ja nicht nur, dass sich sozusagen alles geändert hat, die ganze Ikonografie, die ganze Bildwelt, die ganzen Formulare und das Essen und alles und sozusagen der Supermarkt. Das war eine unglaublich einschneidende Wende. Also Chemnitz beispielsweise, da wir gerade dabei sind, war einer der Industriestandorte der DDR. Ich glaube, jede zweite Textilmaschine oder was und Werkzeugmaschine und was es da alles gab. Und dann bricht das alles zusammen, bricht das praktisch über Nacht. Da gibt es die Arbeitslosenquote in der DDR war damals, glaube ich, 15 Prozent, in der Ex-DDR 15 Prozent. Offiziell, in Wirklichkeit waren es vielleicht 20, in Chemnitz vielleicht 25. Es gibt Leute, die sagen, die lag bei 50 Prozent. Vielleicht lag es da bei 50 Prozent. Das Land wurde praktisch deindustrialisiert und solche Gebiete wie in Chemnitz ganz besonders. Das wurde aufgefangen finanziell einigermaßen. Aber wissen Sie, wie demütigend das ist, in der Mitte seines Lebens plötzlich nicht mehr gebraucht zu werden? Das ist furchtbar. Ich meine, ich habe Phasen in meinem Leben gehabt, wo ich wenig Geld hatte. Das ist schon demütigend genug. Da muss man wirklich mal erleben, wie das ist, wenn man kein Geld hat. In dieser Gesellschaft, die so reich ist. Aber wenn man sich dann noch vorstellt, dass die Menschen in der Mitte des Lebens ihrer Perspektiven beraubt wurden. Gerade auch, das ist in Potsdam ein bisschen anders, glaube ich. Das ist keine Industriestadt. Aber gerade da unten, das sind so schreckliche Dinge, dass man sich wundert, dass die Unterschiede zwischen Ost und West nicht größer sind.